Es ist eine weite, lange Strecke, eine weite Reise, wir nehmen sie eine lange Strecke auf uns. Und natürlich, klar, ist es auch mit Kosten verbunden. Und es ist auch mit der Sorge verbunden, ob wir nicht verprügelt oder sonst was werden. Aber wir machen das, weil wir sagen, wir sind die Generation, klar denkender Menschen, vernünftig und klug, die sagen, wir lassen das nicht zu, wir lassen das nicht mit unseren Kindern machen. Stoppt den Wahnsinn und zwar jetzt! Also nochmal herzliche Einladung für alle. Erster Achter geht nach Berlin und ich weiß, wer noch dabei ist. Ich habe hier einen Herrn entdeckt. Willst du was sagen? Komm, sag was! Ich hatte schon eine Kampenbrille. Markus, komm! Komm! Sei doch nicht so schüchtern. Du kannst zumindest sagen, dass das hier der größte Staat ist.